hallo liebe leute und willkommen zurück zu botanikola so beim letzten mal haben wir noch eines von unseren dingern da gekriegt wieder brauchen und ich habe eine kurze pause gemacht und jetzt für mich geht es gleich weiter so wie kann also hier an was hatten wir vor genau wir waren da unten drin und haben das da gekriegt dann versuchen wir es doch jetzt mal hier mit diesen bäumen hier ah ja das kennen wir doch auch da ist ja hier schon da war er die hasen meiner noch ein blick auf den atlas bringt jetzt nicht viel ja ich glaube wir gehen daran und dann hier ja da waren wir doch auch schon ja da geht jeder von den anderen einmal drauf hier da der dicke auch ja gut ich weiß nicht was damit auf sich hat gehen wir mal da lang oh ja da waren wir auch schon mal dieser tollen perspektive da haben wir unsere aufgabe gekriegt aber können wir jetzt hier noch was machen ja die drei dinger zwei haben wir schon gut für auch dann gehen wir wieder weiter da müssen wir wahrscheinlich dann wieder hin wenn wir alle haben so dann mal da lang bei dem wasser da muss doch das auge hin oder ja genau genau das ist in der letzten folge habe ich das ja noch gesagt dass das dieses auge das brauchen wir doch wir haben das ja schon gesehen wir wissen ja also ich weiß jedenfalls nicht mehr wo es ist das war diese trompeten heini da war ja auch was genau da ist überall dieses unendlichkeitssymbol wieso denn da waren wir doch auch schon mal oder er und da auch ist ja egal ach da kommen wir dann da an ja irgendwo ging es da weiter war das vielleicht doch da da war es okay und das da erzähle eine geschichte und dann löst er sich auf der bösewicht sollte also einen baum und ist stattdessen an diesen samen gegangen der aussieht wie der hier und hat sich dann dadurch aufgelöst so immerhin kennen wir jetzt ihn hier auch und er hat wahrscheinlich noch zwei kollegen okay da wird uns die geschichte noch mal erzählen oder ich will mal eben auf die karte kommen was ist da jetzt will ich gerne noch mal da reingehen ach so einfach nur so drauf so ich glaube das müsste dann hier sein oh ja ach da war das doch mit diesem frosch oder oder was das war ja das damit weiß ich aber auch nichts abzufangen die hier die müssen wir anscheinend nur sammeln und ansonsten kann man hier nichts weiter machen ja ja ist ja gut geht wieder weg ich weiß nichts mit dir anzufangen okay ich will hier wieder weg ja und ach da geht es gar nicht hin da auch nicht da kann man hin da nee dann will ich mal moment waren wir da unten eigentlich woher gucken wir noch mal aha jetzt sind wir da wieder nach oben und jetzt will ich da lang was ach Moment wir sind jetzt hier okay jetzt haben wir dich auch kennen gelernt okay schön wo kann ich jetzt hin da da oben gehen wir mal dahin da waren wir auch schon mal so 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 nee wir wollen da lang und zur wolke bei ihm waren wir auch schon genau gehen wir mal zu dem links hier hin das ist da in diese richtung oder waren wir da schon ach guck mal da ist ja auch so eins das habe ich letztes mal als wir das gesehen haben vor zwei folgen oder so noch nicht erkannt ja das ist das mit dem stern hier das da aber wie kommen wir da dran brauchen wir etwa die dinge hier Moment doch das könnte sein ah siehste ach und das war das hier ah ok wir müssen die alle füttern mit diesen teilen hier so äh nimm das doch so dann brauchen wir noch mehr wir brauchen jetzt noch fünf und wir haben zwei so nimm das auch mal nimm das doch mal ah da muss man wahrscheinlich genau treffen hier so ja ok also da hing ja auch eins dran und das hat dann der eine gleich gefuttert und dann kam da einer raus ich kann mich erinnern so nee das ist nee zu weit weg nee immer noch da muss ich näher dran direkt da drauf ja genau so jetzt brauchen wir noch drei und dann kommen wir an das dran ja dann müssen wir wohl noch weiter suchen und das tun wir mal in diese Richtung da waren wir auch schon mal was war jetzt das mit diesen drei bäumen Moment mal da da muss doch auch irgendwas sein oder haben wir da schon was gekriegt Moment nochmal eben zurück ja geil jetzt wacht er auf so so kriegt das zu futtern gut ähm ja ich weiß nicht was da zu machen ist aber wahrscheinlich nichts geht es hier noch ja hier geht es weiter und hier geht es auch weiter wir gucken mal eben auf die Karte das ist da ok und das sollen diese drei bäume sein also ja das könnte sein mhm also da kam so eine dicke raupe und hat den Stern genommen und den brauchen wir wieder aber das ist doch nicht der Stern hier oder ne das ist der Stern in dem anderen Raum wo wir grad vorhin waren ja ok und da haben wir jetzt keine von diesen Dingern mehr äh keins von diesen Dingern mehr ok aber ja ja dann müsst ihr einfach mal weiter gucken ne mhm ne da will ich nicht hin mal nach da oben so eine dicke raupe haben wir auch noch nicht gesehen ja das kenn ich ja auch schon da waren wir auch schon da ja ja gehen wir mal dahin ach da waren wir auch schon da da geht es ja noch weiter das habe ich gar nicht gesehen beim letzten Mal das da geht es gewiss zu dieser dicken Raupe ah da ist ja und da ist der Stern oh sehr gut äh ja schön und da kann man jetzt irgendwie rein äh was kann man denn da machen ach man muss den den Stern da rausbringen aha und wenn man zu lange das braucht dann äh geht es Moment ich muss mir eben mal einen einen Überblick verschaffen darum joa das ist recht einfach so äh Moment komm mal mit hier so da ah ok aber wir können das schon hin ja nicht so nicht so festhängen so darum ah nein 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 schneller 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 sonst kommt die Raupe ich will es nicht nochmal versuchen oh oh ich will wieder Vorsprung haben oh nein mehr 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 schneller 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 oh es wird knapp es wird knapp aber wir könnten es noch schaffen ah schneller jetzt im letzten Moment dann noch oh ne schnell schnell nein nur 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 oh oh man war das knapp oder hat er das jetzt erwischt Moment die stehen immer noch da ne jetzt sag bloß ne doch da oben da blinkt der Stern ok weg schnell weg lass die Raupe doch rumkrabbeln ok wir müssen das war da da bei diesen Bäumen ok ähm Bäume 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 da da yippie wir haben euren Stern wieder gebracht da kling haha so ja die freuen sich wieder und was bringt uns das jetzt mhm irgendwie nix noch nicht aha jetzt sind es gleich zwei geworden und ah ah jetzt ist wieder einer ah oh da da ist ja was so ok da haben wir wieder einen und das da aha das äh macht irgendwie auch nix wir klicken den nochmal an so und äh nochmal nö da ist nur nur einer ok aber wir haben ja so einen Teil hier und dann äh ja vielleicht finden wir die Kammer wieder wo das hin soll mhm ich würde mal in diese Richtung gehen ach Moment das ist das da hier oder die die Kammer mit diesen mit diesen komischen ja genau mit diesen Augen da gut wir haben noch einen irgendwie ähm ach so genau der muss ja da drauf da hier so plopp so da geht noch ein Auge auf dass da hinten glaube ich war es jetzt habe ich aber äh jetzt Moment ich muss mal eben kurz rechnen wie lange die Folge werden soll ähm äh ich glaube noch fünf Minuten ja und wenn ich dann wenn ich mich da jetzt verrechnet habe oder verschätzt habe dann wird die eben etwas kürzer oder länger ich mache sie im Zweifelsfall länger egal ist jetzt nicht so wichtig so wir kommen ja voran ne also es geht mhm ja gut gehen wir mal ne Moment mal ich will Moment ich will nach da unten das da mit dem Wasser das das da kenne ich ja das ist unser Auftraggeber aber das mit dem Wasser oder diesen Dingern da 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 hier ah ok ja ok wo kriegen wir jetzt das Auge mhm vielleicht da hm ne ja da kommen wir ja nicht hin also erstmal da hin hm bei der Wolke vielleicht oh ne ne nicht das ne das mag ich nicht da hin hm 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 ich versuch's mal da ach das könnte ja so ein Augesymbol sein genau und das ist auch das Auge ok dann äh ja müssen wir das doch mal versuchen ja der Stoß dagegen so eine Ecke dann also das geht da nicht bei dem aber ich hab keine Ahnung was wir damit machen man kann den hier hin und her schwingen aber nicht auf und ab das geht nur hin und her und wenn ich los lasse dann pendelt der sich wieder aus äh nö keine Ahnung so hier du nochmal kannst du da drauf nö aber ich glaube der muss hier weg hm hm ja oder musst du mal gegen das Ding hier fliegen nö das tut er aber nicht also den kann ich hier mehr oder weniger hinsetzen wo ich will den kann ich hin und her schwingen aber nur wenn ich die Maus benutze und bei dem hier genauso wenn ich da wieder los lasse dann geht das eben nicht und den kann ich was auch immer das sein soll in ein paar verschiedene Positionen bringen das ist eins zwei drei vier in vier verschiedene Positionen und mit denen hüpfdingern da kann ich gar nichts machen hm ja ja null Plan da werde ich wohl auch in der Lösung nachschauen müssen vielleicht sehe ich mir die Lösung komplett an ähm also mir erschließt sich ja nicht mal die Aufgabe was ich da machen muss ja geschweige denn dass ich sie lösen kann man kann einfach nur doof rumprobieren also ähm ähm äh das ist immer so ein Nachteil bei diesem Spiel oder überhaupt bei bei Spielen wenn man da einfach naja nenne ich mal äh die die Aufgabe ja richtig ähm gesagt kriegt sozusagen ich meine was ich machen muss also was das Ergebnis ist sein soll ist klar das Ding hier das muss dahin ähm gerollt werden ähm gut vielleicht auch nicht aber ich bin mir schon mal ziemlich sicher aber dass es das sein soll ach guck mal der geht ja noch weiter hm vielleicht hilft uns ja das ah der braucht einen Helm ja ok da kann man dann die die Bombe zünden ah dann hat es vielleicht mit dem zu tun ok der saust dann da durch und wahrscheinlich da hoch und da entlang und äh holt die Kugel dann da hin ja dann würde ich aber den hier wieder so hinsetzen ähm ja aber der braucht einen Helm Moment mal wir gucken uns den Helm nochmal an also wenn ich das richtig verstanden habe ähm wir fragen ihn nochmal gut der ist so orange hm ja haben wir sowas schon gesehen mhm also ich nicht zumindest kann ich mich nicht dran erinnern ja gehen wir nochmal nach da oben hm da sind wir wieder ganz oben aha ja das geht da nicht ok ja wir müssen uns ja doch gehen wir mal da lang oh wir könnten ja mal einen Blick auf die Karate werfen so also ich denke wir haben jetzt alles ja erkundet was es da so gibt aber ach ne Moment ach da ist doch noch was da da müsste noch was sein oder und da achso ne Moment da kommen wir gerade her genau das ist das mit dieser Rakete da mhm aber hier da ist doch noch was ok zurück nach links oder erstmal wieder nach oben achso nach nach links äh und jetzt ein Blick auf die Karate wahrscheinlich nach ne nach unten dahin und um sicher zu gehen äh ja da lang so und jetzt äh sind wir da ja ok wir müssen da lang ok und jetzt gehen wir mal nach oben aha wo sind wir denn jetzt aha also das hier das geht irgendwie nicht weiter oder vielleicht das da oh doch das ist neu da waren wir noch nicht vielleicht ist da der Helm drin ja siehste da ist das und dann müsste es da vielleicht auch noch was geben mhm und sonst seh ich da jetzt aber nichts mehr ok jetzt sind wir auf jeden Fall mal da was kann man denn da machen hm du hast doch schon mal so die Farben als könntest du den Helm haben oh der der sieht aber nicht gut aus hier aha jetzt ist ein anderer da ein Feuerspeiner Drache oh und jetzt kommt Hertha aha schneidet den Dach den Kopf ab ja war wohl auch keine schöne Geschichte so nächste Geschichte oder kann man da irgendwas machen ne dann nicht ok gut nächste Geschichte aha das war auch nicht gut joa nächste Vorstellung oh das sind ja wir oh nein hm ja wenn wir alle zusammenhelfen dann äh kriegen wir den Kleinen ja das war eine schöne Geschichte aha jetzt versuche sie ihn mitzuziehen aber der will nicht ah doch sie haben ihm was ausgerissen aha aha oh jetzt kommt das große Messer äh ja wie geht's denn weiter ah oh Moment da 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 war doch was und da war auch was äh ach ja er hier gut da war was oder haben wir das jetzt gekriegt? nö nee nee ich will das da war so ein blaues Dings jetzt müssen wir es dann nochmal durchklicken oder? ja so siehts aus ja das machen wir jetzt noch schnell und ich glaube dann müsste ich die Folge beenden ja ich machs einfach aber erst mal erstmal werden wir das blaue Ding so ganze Geschichte nochmal und ich muss dann schneller ähm reagieren achso ich muss wieder drücken ja okay ist das doof so nächste Geschichte ist er hier auch mit dem runden Auge? Moment da ist es doch oder? ja ja ich muss mich jetzt konzentrieren los mehr ziehen okay los beim nächsten Mal jetzt kommen sie mit dem Messer okay so und jetzt aufpassen da ist es da 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 ja okay hm da und ne da raus so langsam kapiere ich wozu diese Symbole gut sind hier ähm ich ja da oder da ich weiß nicht geh mal geh mal da lang ach eigentlich wollte ich ja Schluss machen hier aber das setzen wir noch ein hier so hier und dann brauchen wir noch also Moment da oben dann brauchen wir nur noch eines welches welches geht auf das hier aha okay und das ist noch blind das ist noch zu das ja das kriegen wir aber auch noch okay liebe Leute dann mache ich Schluss für diese Folge ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht mir auf jeden Fall schon und äh dann sehen wir uns in der nächsten Folge wenn es denn wieder heißt äh botanikula tschüss tschüss tschüss